Okay, ist das sonst noch was? Ja, bitte, was? Spielzeug noch nicht? Ah, alles klar. Ja, ich auch nicht. Aiaiaiai, diese Erinnerungen. Ich nenne es... Oh, ich habe meine magnifizierten Glasprilege verloren. Großes Kunst ist niemals geprägt. Das sieht aus wie... ...geschmolzer Soldat, was es ja auch ist, aber... WTF? Yo-ho, yo-ho, Pirates Rum für mich. Hey... ...do du... ...drinkt das? Yarr... Natürlich hat es das gesamte Pirate. Nein, nicht wirklich. Land, hoch! Perfekt. Oh mein Gott. Es ist schon süß. Es ist schon süß. Ja, flieg halt runter, guter Plan. Oh. 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 Ich wünsche, ich könnte diesen Momenten... ...und niemals verlassen. Leider schwingt. Der beste Weg, um einen Sturm auf den hohen Seen zu simulieren. Ach, das soll die Planke sein? Oh, wie schlecht. Warte nur eine Minute. Yarrr! Du musst du eine Verpflichtung vor dem Set in Foot, ... oder Peg, ... auf einem anderen Kapitän. Verpflichtung, zu kommen, Kapitän Bluebeard? Grrrr! Eine Amuline. Das kommt sofort. Okay. Uh. Ich denke, es geht... Dammit. Ich wusste, wie ich das... Bleib. Bleib. Ich denke, ich habe ein paar Tape. Danke, Max. Ein paar Tape, zwischen uns und der Treasurer. Chloe's Bottle Rocket. Die schnellste Weg, um eine ganze Bottle von Soda in deinen Haaren zu bekommen. Wat? Oh Gott. Ich bin echt gespannt, was das für ein Schatz sein würde. The fuck. Oh. So, was ist hier? Chloe's Bottle Rocket. Der schnellste Weg, um eine ganze Bottle von Soda zu bekommen. Aha. Jetzt check ich's okay. Oh ja. Malerklebeband? Nee, 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 nee. Ahoy, Bluebeard! Ich habe die größte Tape in all the Seven Seas. Well done, fellow Scallywag. Just like old times. Huh, Max? Remember how we used to talk about ruling the bays of our video one day? We thought we were gonna be pirates forever. If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures together, then we'll always be pirates. Hell yeah. Would you like to do the honors, Long Max Silver? Me? Are you sure? Of course. Come on, Navigator. Point me to some treasure. Wait. How am I supposed to use this? The drawing on the lens. It should line up with... Something? Here goes nothing. Okay. This drawing is supposed to line up with something. Ach so. Ach du Scheiße. Ach das ist nicht ihnen nur ein Gritzel. Es hat auch wirklich was zu tun mit dem ganzen Kack. Ach du Heiliges. Ach so. Ach so. Die Blauheit, das stimmt. Die Wolke stimmt natürlich nicht, weil die Wolke kann nicht genau so sein. Okay. Drehen? Die drehen. Ach du Scheiße. Okay, warte mal. Oh Gott. Okay, okay. Ich denke das drawing sollte die reale Welt in etwas... Ja. Ist mich schon klar. Warte mal. Auszugreifen kann ich nicht. Okay. Uiuiui. Warte. Weiter geht's gar nicht? Super. Ah warte. Ist ja easy. Das? Hier oder? Oder auch nicht. Uh. Was soll das hier sein? Ist das hier ein Mast oder ein Schiff? Äh. Aha. Das gibt schon eher Sinn. Okay. Hier. Bam. Das. Aha. Das ist keine Wolke. Das ist... Das ist der Schatz. Ach so. Warte mal. Äh. Von wo... Von wo schaue ich denn jetzt? Von... Wo es hier schaut oder von meiner Seite? Ich hab keine Ahnung. Ich sag mal von meiner Seite. Ja, ich sag von meiner Seite. Nee. Okay. Ich muss von ihr Seite sehen. Nee. Was jetzt? Eben. Ja, mach mal meins. Meins. Ja, er. Ja, er. Geh nach links. Du. Ja. Ja. Genau. Passt. Wir haben's. Ja. 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 Was ist das? Was ist das? Das ist eine Gasleitung. Irgendeine Leitung vom Haus. Oh mein Gott. Okay. Geiler Schatz. Was ist das? Wo ist das denn wirklich was ihr verkramt habt? Was ist das? Das ist eine scheiße Gasleitung. Hä? Hä? Was ist das? What the fuck? Oh. Oh. Das ist ihr. Das ist ihr Vater. Das ist er. Das ist William. William ist der. Der Pirat. Aha. Was ist das? Ahoy there, Plankwalkers. Haha. Das ist mir, Putty Bill, der Pirate King. What the heck? Haha. Wie jetzt, ihr habt gesehen, dass ich dein Schatz abbelebt habe. Das würde normalerweise machen uns mortal enemies. Aber hör mir doch mal. Ich habe ein Ding nicht gebrochen. Auf der anderen Seite. Ich habe gedacht, dass die Schatzleiter nicht zurückkommen ist, für ein paar Zeit. Also habe ich eine weitere Schutz von Wind und Wind. Ich bin sicher, dass ihr bereitst du dein Zeitpunkt öffert. Also habe ich... ... nicht lange weitergehen. Freunde, Freunde, Freunde. Freunde, Freunde. Freunde. Hörn. Und immer noch die realen Treasuries. Freunde. Liebe. Ihr Oregon State Prä-Paid-Kollege-Savings-Plan. Ja. Hörn. Ah. Das ist das, was wir im Grunde genommen haben. Hm, ja. Ich glaube, dass es wahrscheinlich wird, dass es sich verletzt hat. Holy crap! Es ist Billy, die Squid! Er ist alive! Oh, Mann! Es ist wirklich wie eine Zeit-Kapsule. Oh. Oh. Oh, Mann! Chloe, schau mal das. Wir haben uns zusammen geschrieben. Oh, ich erinnere mich. Chloe Price. Danke, Max. Ich hoffe, dass du viel Spaß mit einem Teenager mit deinem Freund zu sein. Oh. Du warst so schön. Check es. Oh, Maxine. Oh. Liebe Chloe, wie geht es dir heute? Wie geht es? Mir geht es sehr gut. Heute ist Freitag, der 27. Juni 2003. Wir haben in Sommerferien an der Stellen eine Zeit-Kaps für dich und mich in der Zugang mit dem Thema Piraten. War es nicht lustig sie zu finden? Hier sind einige Dinge, die wir mögen. Erstens. Lieblingstier. Arabisches Pferd. Max. Otto. Chloe. Lieblingstier. Arabisches Pferd. Max. Otto. Chloe. Lieblingstier. Hummerrolle. Max. Kaffee-Eiscreme. Aha. Lieblingsfach Kunst oder freies Lesen. Wissenschaften. Die mit den Wissenschaften. Ich dachte, Max. Fotografie und so. Beste Freundin. Die andere. Beide. War klar. Wie steht es mit dir? Bist du zwölf Jahre oder älter? Was ist dein Lieblingsessen, dein Lieblingsfilm und so weiter? Das ist alles für den Moment. Ich hoffe, du hast als Teenagerin viel Spaß mit deiner besten Freundin. Alles Gute. Maxine. Warum muss ich das lesen? Könnt ihr das nicht selber lesen? Hey Maxine. Hallo aus dem Jahr 2003. Hier ist eine Aufzeichnung davon, wie wir unsere Tage verbracht haben. Kannst du erraten, welches davon war es? Erstens. Wir gehen auf die selbe Schulter und sitzen in der Pause immer zusammen. Was sonst? Ja, das ist wahr. Wir haben mindestens einmal die Woche eine Pyjama-Party. Wahrscheinlich auch wahr. Wir mögen extrem salzige Brezel. Keine Ahnung. Wir veranstalten ein Rennen. Wer seine Eltern zuerst überzeugen kann, ein Haustier zu haben. Aha. Wir werden zusammenleben, sobald wir es uns leisten können und werden nur Goldfarbe benutzen. Lol. Wir haben viele Feinde bekämpft und uns nie im Stich gelassen. Alter, Max. Was hast du geraten? Falls du alles davon geraten hast, liegst du richtig. Deine Freundin für immer. Chloe Elizabeth Price. Ja. Der Sext ist halt wie das so ein Thema. Max! Remember Scratch Art? Oh, ich liebe diese Sachen. Ich werde etwas schildern. Alle diese Erinnerungen. Ich will nach alles schauen. Dieser Container sieht, wie es 100 Jahre lang dauert. Holy crap! Wir kamen zu diesem Comic in Chloe's Room. Oh, das ist gross. Vielleicht solltest du runterkommen und dem Typen zusammen mit mir in das Gesicht mit Flughafen wegfliegen lassen. LAL. Ja, du hast ja anscheinend, äh, Chloe nie geschrieben, was ich vom zweiten Teil jetzt da mitbekommen hab. Oh, Mann. Ich will das ansehen. Vorher... Hörsagen. 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 Aufstieg zu reinzuziehen oder die entsprechenden Schäden unserer Feinde... Wie hast du... Alles klar. Wir haben beide ein Haustier. Chloe... Hörsagen. Welche Bundchen haben wir denn? Das Players. Bis zum nächsten Mal.